Jetzt begrüßen wir einmal die 15 charmanten Damen. Auf Wiedersehen! Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, mein Name ist Sherina Brodsky, ich bin in Niedersachsen, ich bin 20 Jahre alt, Studiologie und Kino- und Erziehungswissenschaften, ich tanze seit 15 Jahren orientalisch und liebe Reisen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, vielen Dank. Guten Abend, liebe Gäste, liebe Jury, mein Name ist Linda, ich komme aus Westdeutschland, aus Trier. Mein Hobbys sind Sprachen lernen, Klavierspielen und einfach das Leben genießen. Dankeschön! Applaus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020